Was ist denn? Was sind denn das für Fotos? Was soll denn das? Das ist so. Das ist doch toll. Ich werde jetzt vielleicht Fotomodell. Ja, sag einmal, spinn's jetzt. Das ist doch kein Beruf. Wenn du so weitermachst, dann wirst du in der Gossen landen. Dann wird nämlich aus dir gar nichts werden. Jetzt schau's, dass aus den billigen Fetzen rauskommst du schnallen. Oh, spinn's jetzt, du da warst. Halt mir hier ja Poch, oder was, du billige Flitsche? Jetzt rammst du den Arschtei auf. Was soll denn die Nacht verlängern? Was ist denn das für uns? Uschi, was machst du noch an? Uschi, Uschi, was ist denn das für dich? Uschi, was ist denn das für dich? Uschi, was ist denn das für dich? Uschi! Sie ist süß, ich muss sie ab. Wir wollen doch eine friedliche Tform. Wieso brauchst du jetzt Gott? Uschi, was ist denn das für dich? Uschi, was ist denn das für dich? Geoff, ist das für dich? Uschi! Ladies, unter die Zeitade! Wir sind das für dich ab. Auf, auf! Auf! Geh weg! Auf! Das steht ja gerade erst mal an. Das ist der Staat. Heiß. Sex ist der Tod. Ganz klar, Sex ist der Tod. Spinnst du jetzt oder was? Du weißt doch gar nicht, wie das ist, wenn man sich einfach mal fallen lässt und genießt und den anderen wahrnimmt richtig. Wirkliche Freiheit, die kann nur aus Verzicht entstehen. Gut, dann verzichte ich immer auf dich. Ja komm, Uschi, lass uns sprechen. Lass mich los, ich will nicht mal sprechen. Ja komm, schlag zu, dann schlag doch zu hier. Komm Uschi. Wie das mich so was von an? Weg wollte ich. Versprochen hast du mal, dass du mir die Welt zeigst und was ist, nix ist. Ist alles was du kannst, ja? Das gibt's, ne? Nur für dich Hexen. Ein Radio. Alles für dich. Und tatsächlich hat es Bokan mit seiner Silberzunge geschafft, der Maharani eine komplette Märchenhochzeit abzuluchsen. Aber ich merkte immer deutlicher, dass es für ihn mehr als eine Performance war. Und obwohl ich Bokan über alles liebte, wollte ich nur die Frau eines einzigen Mannes sein. Bokan. Bokan. Bokan! 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 Wieso spärst du mich ein? Spinnst du? Was ist los? Weil du meine Frau bist und wir bekommen ein Kind. Zulost, ich bin hier deine Gefangene! Zu deinem Schuss! Jetzt Pause. Mach doch... Mach doch... 그래! Mach doch 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 doch! Mach doch 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 doch! Mach doch 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 doch... Dieses Auto... Herr, promised Murray zu dir auch das nichtboxen. It's time to die. Nein! 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 Untertitelung des ZDF, 2020